Es gibt News zum Thema Auszahlen aus der Vivi-App. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall den bevorstehenden Marvel-Comic-Drop an, sowie einen weiteren Pixar-Drop, der tatsächlich äußerst interessant ist. Unter anderem noch ein weiteres Star Wars-Comic und natürlich den Omikos. Das alles jetzt in diesem Video. Willkommen zurück hier auf dem Kanal. Heute geht es mal wieder weiter mit Vivi-News. Es gab jetzt auch wieder die letzten Tage keine Videos, einfach weil zu wenig los war, meiner Meinung nach. Deswegen heute erst ein Video und vielleicht ganz kurz als Erwähnung. Ich werde heute streamen. Das Video heute am Mittwoch wird es jedenfalls rauskommen. Da wird es einen Stream geben um 20 Uhr deutscher Zeit. Ich bewerte dein Portfolio, wird dort kommen als Format zusammen mit Enrico. Unter anderem werden wir ein relativ großes Portfolio vorstellen. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt, wer das sein wird. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zu der ersten Nachricht, die ich persönlich als äußerst positiv empfinde. Und zwar hat Vivi es nämlich jetzt geschafft, tatsächlich, dass man ab 100 Gems schon auszahlen kann aus der Vivi-App davor. Für die Leute, die es nicht wussten, da war das erst ab 500 Gems möglich. Und ja, das ist natürlich mega cool, dass man jetzt mit einer Gem-Balance schon von 100 Gems hier auszahlen kann. Das macht das Ganze natürlich deutlich transparenter. Muss ich an dieser Stelle einfach sagen, kann ich einfach nur sehr befürworten. Kommen wir zum nächsten Drop, der anstehen wird. Und der ist auch schon heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Und das ist Star Wars The High Republic. Und das passt natürlich auch genau jetzt zum Serienstart von The Acolyte. Ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass wir hier zu dem Film eventuell auch Collectibles sehen könnten. Auch Vivi. Denn wir haben es auch in Vergangenheit gesehen, dass wir häufig einen Comic gesehen haben. Dann zum Beispiel zu einer Serie und danach ein Collectible. Also ich bin ja auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Schauen wir uns das Comic aber an, was hier heute droppen wird. Insgesamt haben wir natürlich wie immer hier fünf Cover-Varianten. Das ist auch natürlich ein sehr neues Buch. Und dementsprechend auch noch ein bisschen, ja, schwierig, sagen wir es mal so, was den Wert angeht. Wir haben ja auch nur tatsächlich 2000 Editions. Einen Listenpreis von 7 Dollar. Und ja, Publisher sieht man hier auch schon 2021. Also noch ein sehr, sehr neues Comic. Dementsprechend hat das natürlich auch nicht allzu viel Wert, wie man hier auch auf Go Collect sieht. Eine 9.8 gerade mal bei 60 Dollar. Man muss sie aber ganz klar berücksichtigen. Es gibt ja auch schon über 3300 Grades. Also dementsprechend muss man hier auch das so ein bisschen mit berücksichtigen. Mit dem Preis. Wie gesagt, dazu ist es ein neues Comic. Das kann sich alles noch preislich sehr entwickeln. Sollte die Serie äußerst gut performen und eventuell auch noch weitere Staffeln folgen. Kommen wir zum nächsten Pixar Drop. Und dieser wird tatsächlich auch ziemlich zeitnah zu dem heutigen Drop stattfinden. Und zwar nämlich auch nur zwei Stunden später, um 19 Uhr deutscher Zeit. Und zwar wenn wir nämlich hier die Diorama Series Hashtag 1 sehen. Und das ist, finde ich, ein Collectible, was tatsächlich mal wirklich ganz neue Maßstäbe setzt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was tatsächlich krass ist, das Ganze passt hier nicht mal aufs Bild. Also wie ihr jetzt hier seht, das ist nur ein Ausschnitt. All das soll wohl dazugehören, so wie es jedenfalls aussieht. Das Ganze ist eine Uncoming, wird hier auch nur einen Listenpreis von gerade mal 20 Gyms haben. Und eine Editionzahl von 1420 Stück. Und natürlich eine First Edition. Die erste, die ihr Wabel sein wird, ist die 31. Also auf jeden Fall hier ein recht spannender Drop, glaube ich, für Cars-Fans. Aber für mich persönlich ist das absolut gar nichts. Ich denke, damit kann man vielleicht coole Spiele reinmachen, auch im Viviverse. Aber ansonsten ist das tatsächlich sehr, sehr special an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop. Und das ist Deadpool Kills the Marvel Universe. Hashtag 4. Also, wir sind jetzt schon hier von 1 bis 4 einmal durchgegangen. Das Ganze wird am Donnerstag um 17. Deutsche Zeit droppen. Und wir haben hier insgesamt natürlich wie immer auch 5 Cover, die wir sehen werden. Und ja, für mich persönlich sind die Cover auf jeden Fall nicht so wirklich schick. Das Ganze wird einen Listenpreis hier von 7 Dollar haben. Unter anderem eine Editionzahl von 3000 Stück. Und ja, für mich persönlich ist das auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Nicht nur aufgrund der Cover, sondern auch aufgrund des Comics selbst. Wie man hier sieht, auch bei der 9.8, gerade mal für 85 Dollar, das ist einfach nicht allzu viel. Und dementsprechend, ja, ist das Ganze für mich auf jeden Fall ein Skip. Schauen wir uns noch fix den Omi-Token an. Dieser steht momentan 1,6% im Plus. Und wir haben tatsächlich nach dem letzten Video auch eine ziemlich spannende Entwicklung gesehen. Und ich würde sagen, die schauen wir uns auch direkt mal auf dem Chat an. Wir haben hier nämlich nach dem Video tatsächlich einen ziemlich massiven Pump gesehen. Insgesamt, glaube ich, waren wir in etwa hier, da wo wir jetzt aktuell sind. Und haben hier wirklich in kürzester Zeit 44% gemacht. Das Ganze wurde tatsächlich komplett, wie ihr auch seht, hier auch wieder absorbiert. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Das ist genau der Pump oder das Szenario eigentlich gewesen, worauf ich persönlich gehofft habe, dass wir uns mit so einem schnellen Szenario hier wieder hoch retten. Das Ganze hat aber nicht so ganz funktioniert, wie man sieht. Dennoch bin ich relativ positiv gestimmt, dass wir jetzt einfach hier einfach Liquidität sammeln und von dort aus weiter nach oben gehen. Es ist natürlich aber momentan auch insgesamt im Kryptomarkt ziemlich wackelig. Deshalb kann es hier auf jeden Fall nochmal auch weiter nach unten gehen. Aber ich denke nicht, dass wir hier tatsächlich die 4 Nullen sehen werden. Also das sollte auf jeden Fall nicht drin sein. Meiner Meinung nach, da bin ich mir eigentlich schon fast zu 99% sicher. Aber man soll ja niemals nie sagen. Von daher ist natürlich auch hier wie immer auch keine finanzielle Beratung. Wenn ich hier Geld reinstecke, dann macht er das natürlich immer auch unter eigenem Risiko. Ganz, ganz klar. Aber für mich persönlich ist auf jeden Fall das Szenario weiterhin bestehend. Ich möchte auf jeden Fall den Token mit einem relativ schnellen Pump. Und nicht so dümmlich, wie es jetzt momentan vorgeht. Sondern mit einem schnellen Pump hier drüber sehen. Dann bin ich auf jeden Fall wieder sehr, sehr positiv gestimmt. Vorher ist das auf jeden Fall eine Phase, wo man auf jeden Fall hier weiter Omi-Token akkumulieren kann. Wenn man das natürlich möchte. Und wenn man natürlich immer noch an das Projekt glaubt. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir hat das ganze Video gefallen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.